Dieser Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der weiße Farben SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausköbler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. вот